ja hei willkommen mein name ist an ihrer lp und ich begrüße euch zurück zu let's play genji days of the blade in der letzten folge war richtig ich habe es echt damit in der letzten folge haben wir ja den kampf gemacht dann immer in der vorletzten folge verheckt sind und wir stimmen jetzt das hälfte lager zusammen mit unseren charakteren bevor wir wieder da rausgehen also außerhalb guck ich mal wen ich hier noch auflösen kann machen war das ding auch mal voll ja weiter weiter in den hauen irgendjemand wird angegriffen wir müssen den retten jetzt haben wir echt viele gegner und da überhaupt eine gute idee gegen alle zu kämpfen irgendwo ist ein general ich muss doch irgendwo läuft in general erledigen damit die verstärkung weg ist ich muss immer den angriff machen ist so traurig egal muss halt ich komme gleich wieder auf alle neu dann auch nicht so schön ist sagt also können wir punkte farmen mehr oder weniger ist auch nicht schlecht aber sehr schön der tag ist auch gut aus wir kriegen auch immer gegenstände anscheinend ja da kann ich auch mal wieder so läuft irgend so ein typ rum wenn ich dann gehe ich einfach weiter er hat voller p okay was ich mal bitte hier durch danke kommen ja nicht alle auf mich zu glaube ich ich Dreams ich bin Geh! Wird es nur so locker ablaufen für uns? Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch nicht so... Das ist doch nicht so... Nein, irgendwann gehen wir die Highlight-Items aus. Apropos... Hi, na? Ihr würdet mich gerne angreifen. Ihr würdet mich gerne angreifen. Ne, ich glaube, ich habe hier... Oh man, ich will da nicht rein. Da war schon ein Box wieder. Ich bin mal lieber da lang. Ich mach den direkt Platz. Boah, reicht's hier. Platz dafür, Benke! Das... Hier, steht sogar du hast noch. Sehr gut. Ne, ist wieder irgendwas rumliegen. Wo denn? Wo denn? Wann willst du hin? Kommt ihr ja schon rüber? Keine Sorge. Ja, okay. Hier kommt immer wieder. Willst du hier reinkommen? Okay. Sag doch gleich. Hau. Ich mag es, riesige Truppen rein zu rennen. Da fühle ich mich voll befreit. Was? Ey! Nein! Was? Ich bin auf dem Weg. Wutig! Da ist auch kein Baseball-Schläger-Natei. Wo ich... Wo er bringt's voll, bist du da latt? Wir können aber meinen nicht passieren, wenn ich meine einsätze. Ja, voll doof. Äh... Wie sieht's mit dir aus? Ma! Wieso kriegt er vom Eis, von den meisten, die auch was passiert? Und der schlecht tot. Sehr schön. Ich glaube, jede Waffe scheint ihren eigenen Wellen-Ding zu haben. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Also ja. Ja. Da weiß ich noch. Ich muss noch erledigen. Ich glaube vorne. Aber ja, noch schöner wenn ich jetzt freck'n würde. Danke. Ja. Ah! Ich bin geblieben. So, was das? Ich glaube, das war's. Ne? Warte so! Da piste euch! Das ist ja noch her. Unmärklinik. Nichts mehr. Nix. 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 Das ist der Atom oder eine Typ ist. Der beobachtet uns unsere ganze Zeit. Geht weg. Geht weg. nur den kommandanten also erledigt weg nix weg ich habe so da ist mal einer gemein ich muss an den daran findet hat so geil die aufmann wenn ich dann möchte ich töten wenn es bei uns ich habe schon gesagt hat die gegner leitung wenn der typ irgendwie mit seiner axt oder so kommt wo ich euch eigentlich alle töten ich glaube ja alle haben wir es jetzt bald ich dann noch machen das ist irgendwo noch so ein post typ bleiben kommt einer ein kommen mehrere ich war nicht wieder kommen nein aufstehen aufstehen ich habe wieder dieser mei ich weiß was das bedeutet dumm ich bin schon zehn minuten die ganzen ganzen die ganzen schlacht hier habe ich mir lange das spiel ist man sieht jetzt schon so endkampf climatik aus wieder versucht hier mein amerikaner einzusetzen aber ich jetzt ins menü gehen es ist ja auch nicht so als hätte ich eine wahl gegner geben wir von auf der fasse ja kriegt haben muss man auch können nämlich an der kann euch leben es ist ihm vergönnt nein also nicht das war oh mein gott oh mein gott doch mal weg jeder von den abwänden wow vor allem weniger ändert auch nicht meine güte alter guckst du meine an was ist das das war leicht von diesen items einsetzt habe ich das für diesen krassen ding an da ging aber ordentlich punkte dagegen sage ich ja nix nein so ich halte mich mal da wo ist das tier für jeden 500 punkte okay geist wasser immer das mal geht also nicht man weiter wie viele gegner was zum teil ist das denn feiner war schon wieder so einer aber doch alles besiegt kann aber nicht dass wir überleben aber egal weil mir sage ich mich dann auf dem fetten konzentrieren werden wir der ist aber nicht so stark habe ich das gefühl meine gute die nicht schon wieder hat es war du komme ja so sollst du dich nicht töten ganz hart ich nehme an das gibt ein mehr punkte dann weil tod ist ja ja so oder so immer mit kreis wegen macht mir das ja gar kein unternehmen ja ich habe keine punkte dadurch kreis hat sich nie einsetzen war es jetzt endlich wir gehen haben wir die highlight im saus so ganz nebenbei aufgelaufen ich glaube das geht ihm nie zu ende doch nicht so weiter da bringt es bei hilfe oh mein gott ein wechsel 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 oh mein gott alter das ist so übel hier ne so okay ich glaube wir doch mal wieder ein paar waffen stärken und die hier auch wenn wir die nie benutzen das haben wir alle auf zwei wunderbar so guck mal nein ich dir ja guck mal her ich glaube einer ist tot oder jetzt noch mal wo ist er hier geblieben so kann man die kleinen auch erledigen so stehe ich nicht auf ich knall den boss einfach gegen die minions genauso und er hat er abgewehrt so werfen wir noch hp jemand geil ich hoffe das war es jetzt aber jetzt echt bitter wenn ich irgendwann verrecken würde weil dann muss ich so viel noch machen eine quatsch hat der freu im lager gespeichert so bitte sagt mir das war wir gehen langsam richtig sachen aus und speichern der war auch nicht schlecht ich glaube langsam lassen die gegner hier nach und da kommt es an ich habe langsam sagt ja noch so gehen Oh man! Oh man! Oh! Oh! So, was haben wir denn hier noch? Oh, was haben wir denn hier noch? Oh! Weiß ich nicht! wo sind das dinge mehr da möchte die massenheilung singer vielleicht mal aufbewahren verleidigend ein ding gewesen hat man gemacht weiß ich bestimmt voll spannend die ganze zeit zu sehen wahrscheinlich mache ich ja auch irgendwann kann natürlich auch sein weiter im text ich glaube ja und abgut eine feindliche einfluss einer ist vor dem gennisch lager schienen jori tomo und seine männer sind in gefahr schon wieder war der war noch dahinten wo ich jetzt ratten gelaufen bin wir sollten ja schon wieder so fette typen bäms geil ich drücke einfach immer wie ein blöder kreis weil ich glaube wenn ich nix drücke dann macht irgendwie den angriff nicht alter eine güte man hat genauso viel ap wie vorher wieder eine boss also ich krieg hier nur auf fressen roo meine güte oh mein gott verreckt das letzte mal einsetzen müssen wir sind wir noch nicht bei uns weg mit dir alter immer mache ich einen fehler und freck ich sehe doch kommen voll geil nicht getroffen da kommen noch mehr wie lang seiten hat so weitergehen ich habe ja jetzt 20 minuten am kämpfen es den ganzen party zu gelaufen nach dem angriff hier wo ich schon wieder einen cut machen also unendlich lange schlachter ist das ja schon jetzt der kampf aber das kommt mir nämlich irgendwie so vor da wo sind die bisher jetzt aufgetaucht aber ich muss erst mal einen schnitt machen wir sehen uns dann in der nächsten folge let's play candy days of the blade ich bedanke mich als zuschauer sagt tschüss bis zur nächsten folge